Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mr. Woodroove, wir schätzen, dass Ihnen noch 30 Tage bleiben. Eine kleine Neuigkeit für euch. Nichts tötet einen Ron Woodroove in 30 Tagen. Ein Protein, absolut nicht toxisch. Und das kann man nicht in den USA kaufen. Nicht zugelassen. Damit lässt es sich doch ein Vermögen verdienen. Irgendwas zu verzollen? Nada. Die Einfuhr und der Verkauf illegaler Medikamente ist ein ernstes Vergehen. Sie sind nicht illegal, bloß nicht zugelassen. Ich hab dich gesucht, Lone Star. Hör zu, Tinkerbell. Entweder krieg ich mehr Geld oder neue Kunden. Sonst hab ich zu tun. Du verdienst unsere Mäuse nicht. Du kriegst 5%. 25. Friss oder stirb. Willkommen im Dallas Buyers Club. Sie spielen Arzt? Die behandeln sich selbst. Ich verkauf keine Medikamente, sondern Mitgliedschaften. Walker, Dossett, das sind Patienten. Ja, Sir. Das sind auch die Namen von Spielern der Dallas Cowboys. Ist ja ein irrer Zufall. Der Gerichtsbeschluss gestattet die Beschlagnahme aller nicht von der FDA zugelassene Medikamente. Wir brauchen einen neuen Lieferanten. Checken Sie Amsterdam, China und Israel. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wieso sind wir hier? Ein schickes Restaurant, eine wunderschöne Frau. Da hat man das Gefühl, wieder ein Mensch zu sein. Mr. Woodruff. Dauern sterben, Leute. Sie sind nichts als ein gewöhnlicher Drogendealer. TJ, das ist Rayon. Beschissene Schmuchteln. Ich habe nur ein Leben. Er soll was bedeuten.